Liebe Studierende, willkommen zur achten Videoübung des Semesters mit dem Thema Dieselmotor. Es handelt sich hier um eine typische Aufgabe tatsächlich und mit dieser Aufgabe setzen wir uns mit einem Kreisprozess, mit einem thermodynamischen Kreisprozess auseinander und spezifisch betrachten wir dann den Kreisprozess des Dieselmotors. Bevor wir konkret den Kreisprozess des Dieselmotors anschauen und auch mathematisch beschreiben, möchte ich hier nur noch kurz einige wesentliche Konzepte einer Wärmekraftmaschine wiederholen und rekapitulieren. Und zwar möchte ich schematisch nochmals diskutieren, wie überhaupt eine Wärmekraftmaschine funktioniert. Was man betrachtet, sind zwei Wärmereservoirs bei der Temperatur T2 sowie bei der Temperatur T1. Und wir betrachten hier die Situation, wobei T2 größer ist als T1. Das heißt, wenn beide Wärmereservoirs irgendwie in Kontakt wären, irgendwie im thermodynamischen Kontakt wären, dann wird Wärme vom Wärmereservoir bei der höheren Temperatur T2 ins Wärmereservoir der tieferen Temperatur T1 fließen. Und tatsächlich bei diesem Fluss von Wärme, vom Reservoir T2 auf Reservoir T1, Dazwischen betrachten wir eine sogenannte Wärmekraftmaschine, die einfach noch allgemein hier zu berücksichtigen ist. Aber wie wir oft auch in der Vorlesung gesehen haben und auch in dieser Übung betrachten wir eine ähnliche Situation, als Arbeitsmedium berücksichtigt man ein ideales Gas, damit eben auch mathematisch das Ganze sich behandeln lässt. Aber immer noch von einem allgemeinen Standpunkt aus können wir jetzt sagen, dass Wärme kann fließen vom Wärmereservoir bei der Temperatur T2 in der Wärmekraftmaschine mit einem später zu bestimmenden thermodynamischen Prozessor. Wenn irgendein thermodynamischer Prozess vorhanden ist, kann dann eine Menge von Wärme, nennen wir das Delta Q2, in der Maschine fließen oder kann dieser Delta Q2 zur Maschine zugeführt werden. Jetzt, wir haben gesehen, dass wenn man Wärme an eine Maschine zuführt, kann man dann einen Teil davon in werfvolle mechanische Arbeiten umwandeln. Das heißt, ein Teil dieser zugeführten Wärme wird sich in werfvolle mechanische Arbeit, nennen wir das Delta W, umwandeln. Das heißt, diese Maschine liefert eine Menge von mechanischer Arbeit. Eine kleinere Menge von Wärme muss aber weiter fließen ins Wärmereservoir bei der Temperatur T1, nennen wir das Delta Q1. So, in anderen Worten und als Folge der Erhaltungssatz der Energie können wir allgemein sagen, dass die erzeugte Menge von werfvolle mechanische Arbeit ist gleich der Summe der ausgetauschten Mengen von Wärme. Delta Q2 als zugeführte Wärme oder aufgenommene Wärme bei der Wärmekraftmaschine plus Delta Q1, das wäre abgegebene Wärme von der Wärmekraftmaschine oder eben abgeführte Wärme von der Maschine. Und wir haben in unserer Vorlesung eine Konvention für die Vorzeichnung von solcher Wärme, was zugeführt wird von Wärme oder sogar auch von Arbeit, also zugeführte Energie allgemein gesagt, ist als positiv zu betrachten, was abgeführt ist oder geleistet ist, als negativ zu betrachten. Jetzt, wir haben aber gesehen, und das hat mit dem zweiten Absatz der Thermodynamik zu tun, dass Delta Q1 kann nicht gleich Null sein. Das heißt, Delta Q1 muss immer verschieden von Null sein. In anderen Worten, ist absolut notwendig, dass ein Teil der zugeführten Wärme Delta Q2 doch noch weiter fließt im Wärmereservoir der tieferen Temperatur T1, damit überhaupt ein Zyklus möglich ist, damit überhaupt ein Kreisprozess möglich ist und die Maschine eigentlich von vornherein und somit periodisch Arbeit erzeugen kann. Das kann man auch mit der Definition des Wirkungsgrades definieren. Wir haben gesehen, dass allgemein der Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine ist eigentlich nichts anderes als Minus mechanische Arbeit, die erzeugt wurde, geteilt durch zugeführte Wärme Delta Q2. Das heißt, mit dem Wirkungsgrad berechnen wir ein Verhältnis zwischen geleistete mechanische Arbeit relativ eben zur geführten Wärme. Jetzt das Minusvorzeichen ist hier eingeführt wegen der Vorzeichenkonvention, die wir tatsächlich eingeführt hatten. Wir haben gesagt, dass was zugeführt ist, in diesem Fall Delta Q2 positiv ist, aber was abgeführt ist oder geleistet wird, wie zum Beispiel diese Arbeit ist negativ. Und als Wirkungsgrad möchten wir tatsächlich eine positive Größe sozusagen definieren. Das heißt, eine Größe, die mir die Leistung der Maschine, um mechanische Arbeit zu erzeugen, darzustellen. Wenn wir jetzt diese Definition des Wirkungsgrades entwickeln, dann haben wir hier 1 minus Delta Q1 Betrag geteilt durch Delta Q2. Und hier tatsächlich benütze ich effektiv und explizit die Vorzeichenkonvention der Wärme und der Arbeit. Und deswegen betrachte ich als Delta Q1 eben den Betrag, weil das wäre eben eine negative Größe. So, wir sehen tatsächlich, dass Delta Q1 immer verschieden von 0 sein muss. Und das hat nochmals mit dem zweiten Absatz der Thermodynamik zu tun. In anderen Worten, auch im idealsten Fall, der Wirkungsgrad ist immer kleiner als 1. Oder physikalisch dargestellt, es ist nicht möglich, dass die zugeführte Wärme, Delta Q2, vollständig in mechanische Arbeit umgewandelt wird. Damit überhaupt der Kreisprozess, der Zyklus möglich ist und die Maschine periodisch Arbeit erzeugen kann, brauchen wir eine Restmenge sozusagen von Wärme, Delta Q1, die eben weiter fließt im Wärmereservoir bei der tieferen Temperatur T1. Und jetzt können wir konkret die Situation des Dieselmotors anschauen. Und wie eigentlich gefragt ist, bei der Rest der Frage A, möchte man erstens grafisch den Kreisprozess darstellen. Und das wird üblicherweise gemacht in einem PV-Phasendiagramm. Das heißt, Druck P als Funktion des Volumens V. Und hier betrachtet man folgende vier Prozesse als Komponente sozusagen des Kreisprozesses für den Dieselmotor. Man startet bei einem Punkt A mit dem Volumen V A. Und dann man sagt, dass man erreicht einen Punkt B adiabatisch. Und zwar betrachtet man hier eine adiabatische Kompression, das heißt eine Verkleinerung des Volumens bis zum Punkt B. Zum Beispiel hier. Also man erreicht durch diese adiabatische Kompression, man erreicht das Volumen V B beim Punkt B hier. Und selbstverständlich jeweils in diesem Phasendiagramm haben wir am Anfang den Druck P A und nach dieser ersten adiabatischen Kompression haben wir den Druck P B. Und zwar adiabatisch. Adiabatisch bedeutet, dass diese Kompression thermisch isoliert stattfindet. Das heißt, keine Wärmemenge Delta Q wird bei dieser Kompression ausgetauscht. Es gibt keine Möglichkeit, Wärme auszutauschen zwischen umgeben Wärmebäder sozusagen und das Arbeitsmedium und ideales Gas. Dann als zweiten Prozess des Motors betrachtet man eine Expansion beim konstanten Druck. Das heißt, man geht vom Punkt B bis zum Punkt C. Man hat eine Expansion, so man hat tatsächlich mit einer Vergrößerung des Volumens zu tun, aber eben beim konstanten Druck. So man hat mit einem isobaren Prozess zu tun. Und dann betrachtet man weiter eine adiabatische Expansion, so man betrachtet eine weitere Vergrößerung des Volumens, aber eben in diesem Fall adiabatisch, bis das Anfangsvolumen V A erreicht ist. Also man landet schlussendlich nach einer adiabatischen Expansion zu einem Punkt D, wobei Volumen identisch ist wie in der Anfangssituation. Wie wissen wir das? Wir wissen das, weil als vierter Prozess betrachtet man dann eine Abkühlung des Gases bei konstanten Volumen. Das heißt, man betrachtet eine Abkühlung des Gases mit einem isochoren Prozess. Das heißt, bei konstanten Volumen erreicht man schlussendlich den Startpunkt, wo der Kreisprozess von vornherein wieder sich entwickeln kann und wieder Arbeit produzieren kann. Selbstverständlich können wir auch hier sagen, dass beim Punkt D hat man mit dem Druck PD zu tun. Damit haben wir schon die wesentliche Komponente des Kreisprozesses skizziert. Wie gesagt, zwei adiabatische Prozesse. Erstens eine adiabatische Kompression, dann eine isobare Expansion, eine adiabatische Expansion und dann bei diesem isochoren Prozess bei konstantem Volumen gibt es dann eine Abkühlung des Gases. Nochmals, bei beiden adiabatischen Prozessen wird keine Wärmemenge Delta Q ausgetauscht. Delta Q zwischen A und B sowie zwischen C und D ist gleich Null. Die zwei einzigen Prozesse, wo eine Wärme im Spiel ist, wo eine Wärmemenge ausgetauscht wird, ist erstens zwischen B und C. So bei dieser Expansion, das ist tatsächlich eine Situation, die entsteht, wenn meine Wärmekraftmaschine im thermodynamischen Kontakt ist mit dem Wärmereservoir bei der höheren Temperatur, sodass tatsächlich Wärme zur Maschine zugeführt wird. Als Folge der zugeführten Wärme kann man beim konstanten Druck eine erste Expansion ermöglichen, eine Vergrößerung des Volumens ermöglichen. Hier wird tatsächlich bei der Maschine Wärme aufgenommen und wenn wir jetzt die Bezeichnung des Problems benutzen, das bezeichnet man hier als QW. Und dann eine andere Möglichkeit in diesem Kreisprozess, wo Wärme ausgetauscht wird, ist bei dem isochoren Prozess zwischen D und A. Dort, sagt man, gibt es eine Abkühlung. Das heißt, mein Arbeitsmedium als ideales Gas wird im thermodynamischen Kontakt mit einem Wärmereservoir bei der tieferen Temperatur. Das heißt, bei dieser Abkühlung wird dann Wärme abgegeben von der Wärmekraftmaschine. So, Wärme wird von meiner Wärmekraftmaschine abgeführt und das können wir eben mit der Bezeichnung des Problems, besonders wenn Sie dann später die Musterlösung anschauen, können wir das mit QK bezeichnen. So, in anderen Worten, wenn wir jetzt diese Konvention, diese Bezeichnung benutzen, können wir Delta Q1 in unserer allgemeinen Darstellung einer Wärmekraftmaschine mit QK identifizieren. Das ist tatsächlich die abgegebene oder abgeführte Wärme von der Wärmekraftmaschine. Und Delta Q2 hier lässt sich mit QW identifizieren, das heißt die aufgenommene oder zugeführte Wärme bei der Wärmekraftmaschine selber. Und wir wissen, dass die Fläche eingerahmt bei dem thermodynamischen Kreisprozess, diese Fläche hier, ist die effektive Menge von wertvoller mechanischer Arbeit erzeugt bei meiner Maschine. Und diese Menge von Arbeit wird periodisch erzeugt bei jedem Zyklus sozusagen. Damit so etwas möglich ist, sehen wir, dass wir haben eine Kompression und dann eine Expansion des Volumens. Und das ist absolut notwendig, damit die Maschine immer beim Startpunkt zurückkehren kann und von vornherein der Kreisprozess, der thermodynamische Kreisprozess, sich entwickeln kann. Und damit dies möglich ist, braucht man immer eine Menge von abgegebenen Wärmedelta Q1, die von der Maschine abgeführt ist, die verschieden von Null ist. Deswegen kann der Wirkungsgrad nie gleich 1 sein, muss immer kleiner als 1 sein. Das ist praktisch die Beschreibung des Dieselmotors. Und jetzt können wir tatsächlich, wie schlussendlich in der Fragestellung gefragt wird, können wir den Wirkungsgrad berechnen. Man möchte den Wirkungsgrad als Funktion der Volumina des Kreisprozesses darstellen. So, erstens müssen wir diese zwei Wärme berechnen. Das sind die zwei einzigen Wärme, die im Spiel sind, weil bei der radiobatischen Prozesse, wie wir wissen, diese Wärme, Delta Q sind gleich Null. Wir können sofort diese Wärme schreiben. Also, QK, nochmals als Betrag hier, ist die Wärme, die sich entwickelt, die eigentlich abgeführt wird von meiner Wärmekrachmaschine bei einem isochoren Prozess. Das heißt, bei einem Prozess bei konstantem Volumen. Wir wissen, das haben wir in der Vorlesung gesehen, das muss gleich sein, spezifische Wärme oder Wärmekapazität bei konstantem Volumen mal dann den Temperaturunterschied zwischen beiden Punkten. Das ist dann hier Td minus Ta, weil es gibt hier eine Abkühlung zwischen zwei Temperaturen, zwischen Punkt D und Punkt A. Und dann können wir auch die Wärme, QW, das wäre die aufgenommene Wärme, die zugeführt wird, die wird zugeführt bei einem isobaren Prozess. Das heißt, bei einem Prozess bei konstantem Druck. Nochmals, spezifische Wärme oder Wärmekapazität bei konstantem Druck und eben hier dann mal den Temperaturunterschied. Das wäre dann Tc minus Tb. Und eigentlich haben wir jetzt schon die zwei wichtige fehlende Größe für die Berechnung des Wirkungsgrades berechnet und definiert. Und von jetzt an eigentlich die Übung oder diese Aufgabe ist rein mathematisch. Man soll dann ein bisschen mit der Mathematik spielen und mit der Tatsache, dass man mit zwei adiabatischen Prozessen zu tun hat. Und hier wäre vielleicht eine erste Möglichkeit, um eine Pause zu machen.